Moin Leute, Trimex hier. Es geht weiter mit Fortnite. Ich bin kurz vor Unreal. Wir haben ja letztes Mal krank durchgezogen. Ich bin kurz vor Unreal. 16% nur noch. Aber das machen wir jetzt nicht wieder zu viert im Squad mit weiteren Profis, sondern nur zu zweit. Eineinhalb Stunden, dann haben wir Zeit. Hoffentlich kriegen wir das hin. Könnte auch ultra floppen. Wenn euch das gefällt, gerne den Kanal abonnieren. Und denkt an den Creator-Code im Shop, weil der läuft immer wieder ab. Hält 14 Tage. Machen viele von euch, über 20.000. Vielen, vielen Dank. Fettes Danke an jeden Einzelnen da. Bist du schon raus? Ja, ja. Wir müssen das aber jetzt machen, dieses Game. Ja, ja. Wir müssen jetzt abgehen. Wir haben das jetzt so oft geübt. Wir möchten mich E-Sportler machen. Wirklich. Glaubst du, wir schaffen das? Ich komme nicht zu dir. Ich komme nicht zu dir. Ja, ist gut. Hier ist schon alles blutet. Jetzt habe ich echt Fallschaden bekommen. Das kannst du nicht ausdenken. So, ich bin hier wieder für die Flopper zuständig, ja? Yes. Guck, wie gut ich das drauf habe. Zack, zack, zack. Materials sammeln. Ich jobte schon mal eine Sniper hier. So ein Shield-Fisch. Sniper einsammeln. Gut. Ich esse einen Flopper. Ich habe die Falsche angekommen. Weißt du, was wir heute gemacht haben in der Schule? Haben wir Schrotzwechteln gemacht. Ich habe drei Deutschbücher bekommen. Drei Deutschlektüren. Kein Bock mehr. Was für eine Scheiße, Digga. Ich habe keinen Bock mehr. Hier ist ein Haken für dich. Ja. Hier ist ein Biggie für dich. Grüne Pump für dich. Oh, die brauche ich. Grappler für dich. Holy fucking shit. Warum? Hast du Sniper Ammunition? Drop mal. Ja. Stabil. Wow, sind wir eingespielt. Oh, hier ist looted. Die fighten hier. Können die fighten. Hier ist mit der Young-Haben. Das ist ein gutes Timing. On me, komm her. Magst du mehr? Die schießt auf mich, oder? Nein, nein. Komm zu mir. Geh hier rein. Straight up rein. Straight up rein. Hab voll kassiert irgendwas. Ich muss kämpfen. Einer hat ein Pallett benutzt. Komm her. Oh nein. Komm her. Was hältst du das jetzt machen? Geh jetzt ganz hoch. Das will Ding. Digga, ich habe keinen Grappler wie du. Hier sind die irgendwo. Was ist, was ist? Nichts. Ich sehe sie. Wo denn? Digga, meine, sie hat eine Holo-Visier. Da hinten sind welche. Sind das die? Ja, ja, das sind sie, das sind sie. Die sind abgehauen. Die sind schlecht. 110, das ist viel Crack. Stark, stark, stark. Ab ein. Crack. Ab beide. Sauber. Das ist ganz viel Loot für dich. Haben wir das mit der Young? Ja, ja, wir haben das mit der Young. Bro, ich gehe das hintergenommen. Die Movement ist so schnell, nachdem ich sie gecrackt habe. Das ist die Kombination, das ist unsere Stärke. Ja, ja. Weißt du, was ich für mich entdeckt habe? Na? Diese SMG, diese Vector. Ich habe die underrated, aber die ist so krass. Ja, hast du underrated. Auf Range macht sie noch mächtig viel Damage. Ja. Und wenn man halt Hipfire schießt, ist sie 100% accurate. Meine Rede. Mit den richtigen Perks. Vielleicht finde ich Holo sogar gut, wenn die Gegner dadurch kein Glow haben. Holo auf Sniper ist das Beste, also finde ich das Beste. No Cap. Dann lasse ich das. Man wurde viel schneller, warum hast du das nicht erzählt? Was ist viel schneller? Wie, das Movement ist viel schneller. Der ist doch voll cool. Das ist doch voll ein Ding. Du hast dich doch voll aufgeregt, wie langsamer man geworden ist. Und jetzt ist es wieder gut und du sagst nichts. Ja, ich finde es sehr cool, was Epic Games einen Job macht. Haben die echt stark gemacht. Also so ein Wintergeschenk war das, weißt du? Ein Weihnachtsgeschenk meinst du wohl, ne? Warum? Und man sagt, oh geil, ein Wintergeschenk. Ja, gut. Ein bisschen Weihnachtsgeschenk, was ein bisschen vorher kam. Ja, das ist aber okay. Das Leid, ich laufe so komisch, muss ich da ganz doll erst mal dran gewöhnen. Ja, naja. Nee. Ich dachte, du willst einen Vault. Nee, will ich nicht, will ich nicht. Was? Warum willst du deine Sachen nicht anpassen? Hast du schon angepasst? Nee, noch nicht. Ich würde lieber ein Team töten. Ja, okay, lass weiter. Okay, geil, dann haben wir es doch. Aber ich brauch zuerst, ich muss zu den Floppern gehen, weil ich hab nicht vorher ich spiel... Ah, wohl brauch ich nicht. Ich hab vier Flopper, willst du die haben? Ich hab ihn fast gefunden, alles gut. Gut, ich denke immer daran, dass ich die vier Flopper habe. Ich will die nicht umsonst gefarmt haben. Ich will nicht, dass du einen Headshot-Sniper bekommst, dann pushen die mich, boxen mich und one-pumpen mich. Ja, ich versuche mal damit aufzupassen heute. Ja, ja, ist aber auch... Snipern ist aber auch OP. Vor uns sind irgendwo Gegner, komm her, hier sind die. Oh ja, ich sehe sie schon. Die schießen auf mich. Zeit für den Snipen. Ich versuch's. Klappt nicht immer, ne? Die kommen, die kommen, die sind da! Voll box, voll box! Let! Voll box, voll box! Geh rein, Lao-Box! Hier, voll box, geh rein! Hab ihn! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Das ist leid! Junge, du weißt nicht, es ist so underrated, es ist so underrated für Leute. Was ist underrated? Dass man seinen PC einfach zurücksetzt. Ich habe gestern während dem Cup meinen PC resettet. Also ich habe noch keine Runde gespielt und bin deswegen late started. Was heißt das? Ich habe keine Ahnung, was du mir sagen willst. Öfters PC zurücksetzen für Performance ist ein Ding. Ach so, okay. Ich dachte letztens, meine Wasserkühlung wäre kaputt, weil ein Lüfter hat sich nicht gedreht. Ich habe mir neu bestellt. Was für ein Eisenkrieger hier? Ja, okay. Was soll ich nehmen? Ska. Ska und Attack oder so. Ska? Was ist denn ein fucking Ska? Ach so. Willst du die hier? Ich habe eine beste SMG bekommen. Noch besser als das? Ja, guck mal, was ist das denn? Boah, was haben die alles? Okay, ja, ich tue meine Ska weg und nehme das SMG dafür. Ja, so spiele ich das. Und dann nehme ich die Flopper wieder auf. Hey, die Flopper sind weg. Ich habe... Willst du ein Medaillon? Oder... Weil ich denke, wenn ich zwei Medaillons habe, kann ich auch Flopper spielen. Ohne... Ohne Shields. Ach so. Ja, ne, gib mir lieber lieber ein Medaillon. Ja, dann brauche ich die Minis back. Gut. Deal. Das ist doch klasse. Du ist doch perfekt. Dann lass jetzt rumgehen und alles auseinander nehmen. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir dann schon Unreal? Nein. Hm, ich glaube, zwei Wins müssten hier drin sein. Gut. Ja, aber die Winstreak, die hat ja hart gescheppert. Von wie viel... Auf wie viel Prozent kamst du denn? Ja, ja. Digga, irgendwo Elite anfangen und dann Ende Champion haben wir geschallert. Ganz Elite einmal durchgeskippt und dann... Champion auch fast durch und dann so. Das war schon krass. Ja, ja. Die kriegen noch ihre... Was geht nach? Ich krieg kein Angle auf die. In der Maus. Komm mal in meinem Building. Hier auf der Stair. Damit du nicht so oft bist da. Du siehst den voll hier. Ich seh sie. 110er ist drin! Ich snipe ihn. Äh, ich geh auf ihn. Ich auch. Mir geht ein Auto. Ich hab was zerstört. Ich geh mit zu R. Oh nein, nein, komm mit mir. Neues Team ist da mit drin. Achso, du hast einen Grappler. Ja, okay. Ist gut. Close. Wir sind alle close. Wir sind alle fighten hier. Ja, ja. Lass die fighten. Lass die fighten. 110er ist drin! Digga, heute läuft doch! Was soll ich machen? Ich geh auf drauf. Ja, auch. 50. 70. Er hat mich geboppt. Ne. Ist irgendwo hier. Da, da, da. In der Box. Plötzlich. Geh von oben rein. Geh von oben rein. Auf die Box. Und sonst. Hinter dir, hinter dir. Weg. Hilfe. Ich bin zurückgezogen. Kommt neues Team. Pass auf. Sicher. Ja. Also, weiß ich nicht. Ne, doch nicht. So schön, das finde ich ja nicht fest. Ah, der hat mich, der mich pfammt. Du musst, ich musst du dir. Komm rein. 100. Ich bin so ein Arschloch. Ich bin der dümmste Idiot. Stell, 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 stell. Ne, er hackt mich jetzt. Er tötet mich. Wieso tötet er mich nicht auf das Medaillon? Du musst ihn angreifen. Ja, ja. Angriff, Angriff, Angriff. Du musst dich getötet, Max. Ich war ein Playstation-Spieler. Hast du Minus gemacht? Wie viel hast du angefangen? Ich war bei 84%. 87. Naja. 3%, Alter. Also, ich war aber auch wirklich so schlecht, dass ich es verdient habe, da zu sterben. Ich habe extra diese halbautomatische Shotgun. Ja, ja. Damit ich oft cheat kann. Und ich habe ihn fünfmal daneben geschossen. Ich habe ihm null Damage gemacht.